So, schönen guten Morgen. Ich bin hier am Campingplatz in Oberfellach gewesen. Geht heute weiter Richtung Weißensee bzw. Villach. Irgendwann sogar nach Slowenien. Mal schauen, wie es läuft. Wetter sieht stabil aus, wobei auch ein paar Quellwolken da sind. Das könnte vielleicht später noch ein Gewitter geben. Gucken wir mal, gepackt ist fertig. Ich merke, die Temperaturen hier unten werden wieder wesentlich wärmer. Jetzt schon 24 Grad. Ich habe einen leichten Gegenwind heute und von der Gegend her geht es ein bisschen dahin. Ich bin natürlich noch so geflasht von den letzten Tagen, dass das jetzt eher so ein bisschen langweilig fast schon ist. Aber mal schauen. Also heute erwartet mich ja noch einiges an Strecke und was bin ich heute gefahren? 20 Kilometer circa. Na ja, schauen wir mal weiter. Musik 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 So, ich bin jetzt in Möllbrücke, Sachsenburg nennt sich der Ort. Man merkt anhand der Häuser schon, es ist nicht mehr dieses typisch Tiroler, Salzburger Alpen, sondern es ist ein bisschen anders von den Bauern her. Musik Die Gegend hier ist ganz, ganz schön. Es geht dann Richtung Weißensee hinter. Also das ist in die Richtung. Noch mal ein paar Höhenmeter hoch zu einem wunderschönen See und dann schaue ich mal, wie ich dort heute ankomme oder ob ich von dort noch weiterfahre. Ja, ein bisschen wenig Kilometer heute. Dürfen dann insgesamt so um die 50 sein. Ja, ich würde gerne eigentlich noch ein bisschen weiterfahren heute. Jetzt schaue ich mal zum Weißensee, wie es mir dort gefällt und dann gucken wir mal weiter. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt geht es nur noch bergab hoffentlich. Schauen wir mal. Boah, bin ich fertig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also ich muss sagen, der Weg ist ziemlich beschissen hier zum Fahren. Das hat viele Kiesstellen, sehr grober Kies. Aber ich habe jetzt den Weißensee erreicht. Und noch bin ich oberhalb des Weißensees. Aber das, was ich sehe, sieht doch schon mal herrlich aus. Ist das nicht geil? Genau, jetzt mache ich da eine Pause und dann geht es runter zum Campingplatz. Mal schauen, wo der ist. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.